Hey, Dermann hier. Ein paar Sachen, die ich euch noch nie wirklich gesagt habe, werde ich euch in diesem Video mal erzählen. Erstens, ich habe nie wirklich euch gesagt, wie mein Upload-Plan eigentlich ist. Ich habe eigentlich größtenteils meine Uploads immer an Mittwoch oder Montag, Mittwoch, Freitag eigentlich immer gemacht. Aber ich habe mir überlegt, einen Plan und ja. Von nun an wird auf Twitter und Facebook ich posten, ob es ein Einteler wird oder ein Zweiteiler bei den Highlights oder vielleicht sogar ein Dreiteiler, was eher, was öfters passiert ist. Die Einteiler kommen immer am Mittwoch, bei Zweiteilern kommen die am Dienstag und Donnerstag und die Dreiteiler Montag, Mittwoch und Freitag. Und dazwischen können vielleicht auch noch Infovideos, wie zum Beispiel das hier kommen, aber das ist immer unterschiedlich. Die sind einfach dazwischen. Eine weitere Sache ist, dass ich mich bei meinen jetzigen 18 Abonnenten bedanke. Ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Special deswegen hochgeladen, was den Namen 16 hatte, weil ich hatte da 16 Abonnenten. Dieses Video war größtenteils eigentlich inspiriert von meinem Freund, also von einem Kumpel von mir namens Tremi. Der hatte nämlich ein Video gemacht mit null Abonnenten. Und ja. Eine weitere Sache und auch die letzte Sache ist, dass ich gerne eine Kollaboration gerne mit euch gerne machen möchte. Das heißt also, ihr könnt es in einem zukünftigen Video oder vielleicht auch ein Stream einfach mitzocken. Welche Spiele genau oder wie ihr sozusagen euch anmelden könnt, steht unten in der Videobeschreibung. Das war dieses kleine Infovideo. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Euer Dermann.